Ist es wirklich möglich, sich neben dem Hauptjob ein Nebeneinkommen aufzubauen von mehreren tausend Euro? Ist es wirklich möglich, ein Dienstleistungsunternehmen oder eine Agentur neben dem eigenen Hauptjob aufzubauen? Die Frage bekomme ich extrem häufig gestellt und die möchte ich heute mal in diesem Video beantworten. Und zwar nicht einfach nur mit 0815 Ratschlägen, sondern ich möchte euch mal eine Perspektive geben. Einerseits in meine Gründungsphase meiner Firmen, aber und das wird für euch noch viel, viel spannender sein, wenn ihr nämlich gerade an dem Punkt seid, wo ihr sagt, hey, ich würde gerne nebenbei was gründen, ich weiß aber nicht, ob mir die Zeit reicht, die ich zur Verfügung habe, weil ich arbeite Vollzeit, weil ich studiere, weil ich eine Ausbildung habe, dann wird das hier für euch spannend sein, weil ich euch vor allem die Perspektive meiner Kunden mal geben werde. Meine Kunden, mit denen ich begleite, die bauen Agenturen auf. Ich helfe ihnen dabei, Agenturen aufzubauen, Dienstleistungsunternehmen aufzubauen. Und diese Menschen, die sind wie ihr. Die sind meistens in einem Vollzeitverhältnis, die studieren, die machen Ausbildungen und die gründen ganz oft nebenbei. Und ob das von Erfolg gekrönt ist und wie man sich da strukturieren muss, das erfährst du in diesem Video. Ja, es ist tatsächlich die allermeiste Frage, die ich immer gestellt bekomme, bevor meine Kunden dann mit mir zusammenarbeiten, weil die Angst wirklich groß ist, dass es eben nicht reicht. Abends, wenn man nach der Arbeit um 17, 18 Uhr nach Hause kommt, dass man da wirklich dann noch 2, 3 Stunden an seinem Unternehmen arbeiten kann, dass das nicht reicht. Gerade in der Dienstleistung musst du ja auch Kunden gewinnen. Die Frage ist dann, wie kannst du das denn machen, wenn du tagsüber gar nicht mit denen reden kannst? Wie kannst du da trotzdem Kunden gewinnen? Und wenn du sie gewinnen kannst, wie kannst du denn dann noch genug Zeit aufbringen, um die Dienstleistung zu erbringen? Und diese Fragen verstehe ich total und mein erster Schritt ist immer erstmal zu verstehen, wie sind deine Zeitressourcen denn wirklich? Wie sieht deine gesamte Woche auf? Weil das Problem, was man oft natürlich hat als 9-to-5-Angestellter, dass man das Wochenende als eine große Erlösung sieht für Freizeit. Und das ist auch absolut in Ordnung, man sollte auch Freizeit haben. Aber meistens ist es ja so, man steht morgens auf, geht zur Arbeit, freut sich auf den Feierabend und dann freut man sich auf Samstag, Sonntag. Wenn man das so machen möchte, wunderbar. Aber dann ist natürlich nicht möglich, nebenbei zu gründen, weil irgendwo musst du ja natürlich Zeit wegnehmen von deiner Freizeit und investieren in ein eigenes Projekt. Das ist also immer so meine Frage. Wenn du nebenbei gründen möchtest, hast du abends 1, 2, 3 Stunden Zeit nach deiner Arbeit, nach deinem Studium, wie auch immer, noch in deinem Unternehmen zu investieren in dein Nebenprojekt. Hast du das Wochenende Zeit, zumindest mal den Samstag, den Sonntag, am besten natürlich beide. Du musst jetzt nicht dein Leben lang oder wochenlang immer nur alles durcharbeiten. Das schafft man sowieso nicht. Du brauchst Pausen, um auch gut zu funktionieren. Trotzdem, wenn du nebenbei gründest, gerade dann, dann musst du dich einfach einen gewissen Zeitraum auch mal davon verabschieden, dass deine Wochenenden immer nur Freizeit bedeuten. Das ist einfach so. Das musst du aber auch machen, wenn du Vollzeit gründest. Wenn du es mal wirklich wissen möchtest, dann wirst du auch mal samstags arbeiten, dann wirst du auch mal sonntags arbeiten. Und ich sage dir eins, wenn du das magst und wenn du auch für die Selbstständigkeit geschaffen bist, und da kann ich wirklich von mir selber aussprechen, dann wirst du es lieben, Sonntagmorgens einfach mal dich an den Schreibtisch zu setzen, weil dann du merkst, das ist ein ganz eigener Flair. Das machen andere nicht. Du fühlst dich so ein bisschen speziell. Du fühlst dich irgendwie so ein bisschen als das Einhorn im Wald. Und dann kriegst du ein kleines Lächeln auf die Lippen. Bei mir war es ganz oft so. Wie gesagt, ich will niemandem dazu sagen, es ist schlecht, nicht sonntags zu arbeiten. Quatsch, nein. Aber wenn du natürlich eine Mission hast, so eine Vision hast, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, das nebenbei zu machen oder auch Vollzeit, dann macht es auch mal Spaß, was anderes zu machen als andere. Wenn du also das mit Ja beantworten kannst, dass du abends ein paar Stunden Zeit hast und dass du auch am Wochenende ein bisschen arbeiten kannst, perfekt, dann hast du die größte Hürde schon genommen, nämlich die Hürde Zeit. Die Frage ist immer, wie viel Zeit muss ich investieren? Am Anfang musst du nicht wahnsinnig viel Zeit investieren, weil du gar nicht so viele Aufgaben hast. Das ist nämlich relativ einfach und das ist auch der größte Punkt, der danach dann eben kommt und wo ich dann da frage, was glaubst du denn eigentlich, was du machen musst, um eine Firma zu gründen? Und da ist mir aufgefallen, dass Menschen Firmengründung als extrem komplexes Modul irgendwie betrachten, als ein Konstrukt, wo man so viel machen muss und so viel falsch machen kann und rechtliche Fallstricke. Und wenn ich gleich gründe und irgendwas da falsch mache, werde ich morgen 100.000 Euro Steuern zahlen müssen und bin immer morgen im Knast, weil ich das nicht kann. Also da gibt es so viele Dinge, auch Bedenken, dass man rechtlich irgendwas falsch macht. Gründung ist total einfach. Wenn du nebenbei eine Agentur zum Beispiel gründen möchtest oder einen Blog aufbauen möchtest oder Affiliate-Marketing, ist erstmal egal. Natürlich reden wir jetzt hier hauptsächlich eben vom Thema Agentur. Aber egal, was du machst, du gründest ein Einzelunternehmen. Du kannst da zu deiner Stadt ins Gewerbeamt gehen, kurz einen Gewerbeschein ausfüllen, zahlst deine 20, 30 Euro und hast ein Einzelunternehmen. Dann holst du dir eine Steuernummer beim Finanzamt für dein Unternehmen und dann musst du einfach nur ganz normal deine Einnahmen versteuern. Das heißt, du gehst einmal zum Steuerberater, der gibt dir in einer Beratungsstunde, sagt dir dir genau, was du machen sollst und das war's. Das ist im Prinzip deine Firmengründung. Mehr musst du erstmal grob gar nicht machen. Eine Firmengründung ist also total einfach. Einzelunternehmen, Gewerbeanmelden, Steuernummer, einmal mit dem Steuerberater sprechen, einfach nochmal mit jemandem sprechen, der sich mit auskennt und dann hast du dein Gewerbe angemeldet. Da kannst du erstmal nicht viel falsch machen und du musst dir keine Angst haben davor, dass du zu viele Dinge machen musst oder dass es rechtlich irgendwie schwierig ist. Das heißt, eine Gründung geht schnell, ist effizient und ist nicht problematisch. So, das heißt, was machst du jetzt am Anfang mit diesen Zeitressourcen, vielleicht abends, vielleicht am Wochenende, die du zur Verfügung hast, neben deiner Vollzeitstelle? Du machst einfach erstmal alles in Richtung Präsentation nach außen und Kundengewinnung. Am Anfang deines Unternehmertums, gerade wenn wir jetzt eben von Agenturen reden, machst du eigentlich nichts anderes als Kundengewinnung, weil Dienstleistungserbringung machst du ja so lange nicht, bis du keine Kunden hast. Das heißt, am Anfang bist du im Prinzip, du baust deine Webseite auf, baust dein Konstrukt auf, deine Produkte, deine Preisgestaltung und wenn das fertig ist, dann gehst du einfach nur noch in die Akquise. Da musst du übrigens nicht telefonieren, keine Sorge, du kannst Telefonakquise machen, aber es gibt auch andere Wege, die ohne Telefonakquise funktionieren. Das übrigens lernst du, schlechte Eigenwerbung an der Stelle, in meiner Agenturausbildung, wo ich ja eben Menschen, wie ich schon anfangs erwähnt, betreue, eine eigene Agentur aufzubauen. Da zeige ich auch die ganzen Akquise-Methoden, wie man eben auch ohne Telefon ganz einfach an Dienstleistungskunden bekommt, die eben mehrere tausend Euro pro Monat an Dienstleistung für dich gerne bezahlen, weil du ein Mehrwertstift ist. Ganz einfach, so funktioniert das immer. Aber das noch am Rande, wenn dich das interessiert, Link in der Videobeschreibung zur Agenturausbildung, da können wir miteinander mal quatschen, ob das Ganze was für dich ist. Das heißt also, wenn du genug Zeit hast und damit meine ich, wie gesagt, abends mal ein, zwei Stunden vielleicht hinsetzen können und am Wochenende. Du hast eine gescheite Akquise-Methode, die funktioniert, dann kannst du extrem einfach Kunden aufbauen, auch für eine Agentur, selbst wenn du das Ganze nebenbei machst. Und wenn du Kunden anfängst aufzubauen, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Weil irgendwann kommen dann die ersten Kunden, die dir Geld zahlen möchten für die Dienstleistung. Und dann musst du die Dienstleistung natürlich erbringen. Dann wird natürlich die Zeit immer mehr, aber das kannst du auch nebenbei wunderbar machen. Gerade Dienstleistungserbringung kannst du am Wochenende super machen. Auch da bitte keine Illusion verfallen, dass du jetzt stundenlang am Tag in eine Dienstleistung stecken musst, damit der Kunde zufrieden ist oder Ergebnisse sieht. Tatsächlich ist es so, dass du nicht jeden Tag für einen Kunden arbeitest, auch wenn er dir 1.000 oder 2.000 Euro oder noch mehr pro Monat zahlt. Das reicht vielleicht sogar, wenn du nur ein, zwei Mal pro Woche für den Kunden arbeitest, weil es kommt ja nicht darauf an, wie viel du machst, sondern was du machst. Und wenn das, was du da machst, erfolgreich ist, dann ist der Kunde zufrieden und dann ist dem Kunden auch völlig egal, wie viele Stunden du investierst. Weil das muss ich am Rande nochmal ganz kurz sagen, das Mindset, was du ablegen musst als Selbstständiger, ist, dass du vergütet wirst für einen Stundenansatz. In der normalen Welt, gerade auch als Angestellter, bekommt man ja einen Stundenlohn umgerechnet. Alle reden von einem Mindestlohn und dann hast du ja einen Stundensatz. Als Agentur, als Dienstleister, als Selbstständiger musst du irgendwie dorthin kommen, dass du aus diesem vergleichbaren Modus rauskommst und nicht mehr zum Beispiel pro Stunde vergütet wirst. Sondern, dass du immer für deinen Mehrwert, den du stiftest, vergütet wirst. Das heißt, keiner fragt mich in meinen Agenturen mehr, ja, wie viele Stunden arbeitet ihr denn bitte an dem Projekt. Das fragt kein Mensch, weil es zählt nur das Ergebnis. Wenn dein Kunde im ersten Monat 100% mehr Umsatz durch deine Dienstleistung macht, übertrieben gesagt, dann fragt der nicht, ja, aber haben wir da jetzt 4 Stunden gearbeitet oder 5? Dann ist denen das völlig egal. Hauptsache, du bringst Ergebnisse. Ist es also möglich, nebenbei zu gründen? Ja, wenn du abends ein bisschen arbeiten kannst und am Wochenende. Ja, wenn du endlich nicht mehr darüber nachdenkst, wie komplex und scary es ja sein könnte, ein Unternehmen zu gründen. Es ist super einfach. Es geht super schnell. Dienstleistung kannst du am Wochenende erbringen. Kundenerquise kannst du abends oder am Wochenende erbringen. Das ist kein Problem. Egal wie voll dein Kalender ist, du kannst was in jeder Situation gründen. Und auch in jeder Situation dein Unternehmen anfangen, erfolgreich aufzubauen. Das haben nämlich so viele vor dir gemacht. Mein härtester Fall, der Patrick, der konnte nur freitags arbeiten, weil es seine Ausbildung nicht anders zugelassen hat. Und der hat es trotzdem geschafft, eine erfolgreiche Agentur aufzubauen, weil es funktioniert. Und das ist eben das Schöne. Du musst nicht denken, dass du gründen darfst, nur wenn du Vollzeit in der Lage bist. Ich hoffe, das wird mit diesem Video klar. Übrigens, die Rezension von Patrick auch zur Agenturausbildung und wie er es geschafft hat, seine Agentur aufzubauen, das ist nicht einfach nur von mir erfunden. Diese Rezension findest du mit einem Video von ihm auch auf meiner Webseite. Ich lasse dir, wie gesagt, unten drin. Der Link zur Agenturausbildung. Da kannst du den Patrick sehen, da kannst du die Katharina sehen und noch andere Kunden, die eben dir auch sagen, wie sie gegründet haben, wie es vorher bei ihnen aussah und wie sie es eben geschafft haben, mit mir und der Agenturausbildung gemeinsam eben eine einzige Dienstleistung aufzubauen, Kunden zu gewinnen und Geld zu verdienen. Hast du noch Fragen? Hast du noch Ängste? Hast du noch Sorgen bezüglich einer Gründung von deiner eigenen Agentur, von deiner eigenen Firma, deiner eigenen Dienstleistung? Hast du vielleicht noch Respekt davor, wie du die Dienstleistung erbringen sollst? Weißt nicht, wo du die lernst? Auch hier übrigens, wenn du Recruiting-Agenturen zum Beispiel, also Personalagenturen und so etwas lernen möchtest, in meiner Agenturausbildung zeige ich dir alles, wie wir es in unserer eigenen Firma, der Karriere-Schritt-Agentur für digitale Personalgewinnung, selber machen. Wenn du wissen möchtest, wie du andere Dienstleistungen wie Copywriting und sowas erbringen möchtest, das kann ich dir auch alles zeigen. Ich mache seit Jahren, habe ich selber Copywriting gemacht in allen unseren Agenturen, bis jetzt mein Team das Ganze übernimmt, habe ich selber alle Ad-Copies und Texte selbst geschrieben. Also, ich kann dir bei diesen Dingen helfen und selbst wenn du sagst, ich möchte gar nicht von dir die Hilfe haben, weil du mir vielleicht unsympathisch bist oder die Agenturausbildung ist mir vielleicht zu teuer, keine Ahnung, kann ja alles passieren. Wenn du nur Copywriting lernen möchtest, wenn du nur Google Ads lernen möchtest, irgendeine Marketing-Dienstleistung, geh auf Udemy. Auf Udemy kannst du für ein Appel und ein Ei für 10 Euro dir ein paar Kurse reinhauen, die wirklich oft gut sind und dir ein Grundverständnis deiner Dienstleistung beibringen. Also, das sage ich jedes Mal und auch das ist vielleicht der abschließende Tipp. Wenn du Angst davor hast, dass die Dienstleistung schwer ist oder dass du sie noch nicht kannst, die Dienstleistung selber zu lernen und für den Kunden zu erbringen, ist mit Abstand die einfachste Disziplin in deiner gesamten Karriere als Selbstständiger, in deiner gesamten Karriere als Agenturinhaber. Sich das beizubringen ist super einfach. Daran, wo die Leute scheitern, ist die falsche Einstellung, die falschen Sorgen und ist deswegen gar nicht erst zu versuchen und die meisten verstehen nicht, wie man Kunden gewinnt. Das sind die drei Hauptfaktoren, die Menschen aus der Selbstständigkeit herausbringen und die drei Faktoren, die Menschen scheitern lassen in der Selbstständigkeit. Die Dienstleistungserbringung lässt dich nicht scheitern, die ist viel zu einfach. Wenn du Fragen hast dazu, wenn du wissen möchtest, wie du gründen kannst, wie du eine Agentur aufbauen kannst, wenn du noch Ängste, Sorgen, Nöte hast und nicht weißt, wo du diese Fragen beantwortet kriegst, schreib mir gerne, du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an kontakt.atbuster-diers.de Da helfe ich dir gerne. Hier auf meinem Kanal sind überall meine E-Mail-Adressen, mein Instagram-Profil verlinkt. Auch da kannst du mir schreiben. Wie gesagt, der Link auch zur Agenturausbildung ist in der Videobeschreibung und auch im ersten Kommentar verlinkt. Da kannst du dich auch gerne eintragen. Dann reden wir beide persönlich eins zu eins miteinander und wir reden mal darüber, ob es für dich etwas wäre, eine eigene Agentur aufzubauen. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen Ängste sorgen und Nöte auch nehmen, konnte dir ein bisschen auch die Augen öffnen bezüglich einer eigenen Gründung. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, stell sie mir gerne. Ansonsten sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.